Bereit für Ihren Einsatz. Meiler präsentiert seine optimierte Kippsattelbaureihe. So speziell und individuell wie Ihre Aufgaben und Transportanforderungen sind, so umfassend ist unser Kippsattelprogramm. Aus unseren zahlreichen Varianten können Sie sich Ihren Kippsattel so konfigurieren, dass er Sie bei Ihrem Einsatz optimal unterstützt. So gibt es neben unserem bewährten Medium-Modell nun auch die Leitmodelle mit einem noch besseren Nutzlastverhältnis. Hier haben wir den Kippsattel komplett neu gedacht, um Ihnen mindestens 330 Kilo mehr Nutzlast zu bieten. Der Kippsattel lässt sich durch seine niedrige Ladekante leicht befüllen. Die Mulden sind dabei für den täglichen, anspruchsvollen Einsatz ausgelegt. Sie erhalten einen Kippsattel, der einen wirtschaftlichen und unkomplizierten Betrieb garantiert. Dafür sorgen wir bei Meiler schon in der Entwicklung. Innovation aus Tradition bedeutet, dass wir unsere Produkte ständig optimieren. Für den neuen Meiler Kippsattel Light zum Beispiel haben wir alle Komponenten genau untersucht, um Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig Stabilität und Verschleißfestigkeit zu garantieren. Neueste Technik, die den Fahrer bei seiner Arbeit unterstützt, findet sich an einem Auflieger, der dem Betreiber einen noch wirtschaftlicheren Transport ermöglicht. Innovative Fertigungsverfahren und der Einsatz von leichten, hochfesten Materialien sorgen für ein gewichtsoptimiertes Fahrzeug. Die Mulde erhielt ein verschleißoptimiertes Bodenblech im hinteren Drittel, wo der abrasive Verschleiß höher ist. Jedes Detail greift ineinander und schafft somit ein Gesamtprodukt, das Bedienkomfort und Wirtschaftlichkeit mit individuellen Bedürfnissen vereint. Mit einem Meiler Kippsattel fahren Sie immer sicher und komfortabel – auf der Straße und im Gelände. Die bewährte Meiler Hydraulik sorgt dafür, dass Ihr Fahrzeug ständig einsatzbereit ist. Unsere Plansysteme sind perfekt auf die Meiler Mulden abgestimmt. Beim Meiler kommt alles aus einer Hand. Das macht Innovation und höchste Qualität möglich. Dafür steht auch unser Service. Vermeiden Sie Standzeiten und Ausfallzeiten durch unsere hohe Ersatzteilverfügbarkeit und durch unser dichtes Servicenetzwerk.